Chaos ist wieder gegen die... Ach so, ist ja eh, ja stimmt ja. Mach doch unter anderem. Chaos. Ein gutes, altes, kompromissloses Deathmatch. Oh, ohne Fadenkreuz und ich hab gewonnen, getroffen. Du legst in Führung. Ach, sag mal. Komm her, du grünhäutiges Nüftschee. Was bitteschön ist, ein grünhäutiges Nüftschee? Eine Slange. Ach so. Ein, ein Ork. Oder so. Ja. Christian, wenn du mit mir Space and Range spielst, wirst du diese Viecher noch zu hassen lernen. Ja, ich weiß. Vor allem die großen Bosse mit ihren Keulen. Die klatschen dir ein-, zweimal eine und dann hat sich das für dich erledigt, dann wird's bei dir dunkel. Von allen Seiten hier, ey. Was ist das? ich hab schon viel gekillt ohne fadenkreuz ich bin ja gut das rentiert sich voll wirklich wenn du das übst hier das merkst du im normalen spiel teilweise machst du schüsse da kriegst ja das ist ein vallager und so Ach, verdammt! Mit der Handfeuer war's, schaffe ich endlich mal einen dagegen. Ach, verdammt! Mein Gott! Muss ich mal einen rausschalten? Dann gibt's mal einen! Noch fünf Kids! Haha! Ach, oder von hinten? Kompi, das warst du unten, oder? Ja! Weißt du das? Man sieht's, also man kennt ja mittlerweile so ein paar... Ja! 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 Ja!